Bist du ein Mann? Wo? Wie alt bist du? Was, 18? Naja... Ich hab gesagt sieben Männer. Naja, kommst du schon mehr an oder? So. Wir beginnen bei DZC in Sankturbo 1. Fällt dir was auf? Du bist cool und wir bist auch fertig. Wer mich hier offensichtlich kennt, hat ausgeschüssen. So, die Herren legen sich mit dem Bauch auf die Platte und kommt zur Mitte. Und er greifen bei beiden Händen das Seil. Und geht mit einer Sorte auf meinen Arsch und kommt sie drauf. Das ist ja lustig. Haben wir's? Ja. 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 Ja, nein. Ja. Das ist der erste. Und der erste. So ist der erste. Die sind alle vollständig. Ja, die sind alle vollständig. Weil alle anderen glaschendereisen die Bewegung schließen wir haben. Das ist doch ein schöner Fette. Ja. Das ist das für heute. Ja, das ist das für heute. Ah, jetzt soll er ja jetzt sitzen rumbleiben, ja? Nein, nein, das ist immer rumbleiben, ja? Nein, nein, das ist immer rumbleiben. Oh, jetzt ein bisschen rumbleiben. So, die Damen, ich erlöse euch einen Applaus für unsere Damen. Heeeey! Gott, 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 Gott! Applaus für dich! Die ist schon fertig. Die Damen, das ist einfach sehr vom Beruf. Das ist die Farbe ausfangen. Ah, sie steigt mit der Alpen. Sie konnte nicht entscheiden, wann sie ist. Oh, sie hat halt noch prima gemacht. Heeeey! 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 Aha! Ihnen hat mir ein weißer Hämmer gefreut über dich. Heeeey! 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 So was ist einfach nur lustig! Lustig! Und sie ist von den sterbenden Schwarm vom Joggenliegen. 3 Heeeeeey! Heeeey! Ah ne, das ist gemein. Die zwei haben es heute noch nachholen. Wir haben 10 Minuten aus dem Spaß. Schwarz wie erst mal. So, was machen wir jetzt mit dir? Ohne, Herr Holle! Ohne, Herr Holle! Und Krabs den Holten, am Ende ist der Job. Ohne, Herr Holle! Hau mal zu, Applaus!